der zwanzigste zwölfte ist ja was besonderes erst mal diesen oder einer geburtstag namenstag oder sowas müssen wir irgendjemanden gratu fünften oder so keine ahnung vielleicht jemanden von euch ja schreibt man die kommentare ob es vielleicht jemand gibt heute geburtstag hat mich interessieren wir würden gerne mal grüßen aber machen wir bis dahin erst mal ein türchen auf genau die nummer 20 von playtief aus dem feuerwehr adventskalender genau machen wir den 20 ich weiß wo die 21 ist sie kann ich dir sagen die 22 ich habe wieder zwei hütchen noch zwei hütchen das wird ja immer besser für das was wir damit vorhaben zwei pylone auch wieder super verarbeitet ist aus derselben form finde ich cool kann man auf dann kann es nicht verwenden als fingerhut ja das ist unpraktisch alles hier übernommen das muss auch geil aussehen super jetzt haben wir vier piloten und drei feuer ich finde es gut und ein bau aber noch kein knochen noch nicht auch viel ergibt ja mal hier ratan ein bestimmt frisch gegraben ok wie gesagt schreibt uns in die kommentare wer nett wenn wir was zu lesen bekommen ja und ich würde sagen wir sehen uns morgen wieder ihr Untertitelung des ZDF, 2020